Wenn eine Person von dich einen Nude verlangt, solltest du dich sagen, warum? Das geht überhaupt nicht. Für mich, das ist wirklich mein Connectionpunkt zu all den Leuten, die ich in meinem Leben brauche. Ich arbeite, es gibt keine Emotionen. Dafür habe ich das auch schwarz, weil ich bin konzentriert und ich glaube, schwarz ist super. WhatsApp, ich glaube. Mit WhatsApp müssen die Leute das alles kurz behalten, alles passiert für mich über WhatsApp, nicht unbedingt zum Beispiel E-Mail. Ich lese immer auf meinem Telefon, weil es mega praktisch ist, weil du kannst auch diesen Dachmodus haben. Normalerweise, wenn ich ins Bett gehe, habe ich so viele Gedanken und ich kann sie nicht wirklich kanalisieren. und wenn ich lese, dann geht mein Hirn in die Story und dann kommt der Punkt, ich bin so müde, ich mache so. Ich sende ein Nude. Nein. Jungs, wir sind im Juli 2022 jetzt. Ich glaube, es ist eine andere Welt als früher. Es ist Zeit, sich zu aufwachen. Es geht für mich überhaupt nicht. Es geht für mich überhaupt nicht. Und wir wissen, wir brauchen auch ein bisschen en die Chat. Ich glaube, es hat mich auch immer wieder daivities, Ich bekomme die Chat. Ich freue mich überhaupt nicht. Ich freue mich, dass es so einfacher ist,